Ich bin Adora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Ich bin Shira! Nur wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Lighthub, Madame Ress und Kaul. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Shira! Shira! Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir Zaubertricks auszutauschen, mein Lieber. Ja, wir sind ein gutes Team, Madame Ress. Wiedersehen, Leute. Und danke. Ich hab mich wirklich gut amüsiert. Oh, oh, was ist das? Oh, ähm, Orko, hast du etwas damit zu tun? Ganz sicher nicht. Na, wenn das so ist? Für die Ehre von Grayskull! Ich bin Shira! Bring dich in Sicherheit. Ich versuch, das Ding aufzuhalten. Oh, nein. Es ist nicht hinter mir her, sondern hinter Orko. Shira! Hilfe! Ich komm schon! Shira! Ah, Shira! Ach, du hüpfende Wackelbäre. Wer bist du denn? Und wo ist mein Neffe? Onkel Montag! Orko, mein Junge! Sag mal, Onkel, war das dein Zauber, der uns hergebracht hat? So ist es. Aber ich hatte nicht vor, noch jemanden herzuholen. Sag mal, wer ist denn deine nette Freundin? Komm, ich mach euch bekannt. Shira, das ist mein Onkel Montag. Freut mich sehr, meine Liebe. Willkommen in Troller. Oh, ich danke euch. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Aber verratet mir mal, was ich hier soll. Ja, Onkel. Was sollen wir hier? Wir stecken in großen Schwierigkeiten, Orko. Das Crimson Council ist verschwunden. Hüpfende Hubis? Das sind Schwierigkeiten. Wir brauchen dringend deine Zauberkraft. Aber dich kann ich gleich zurückschicken. Du brauchst dich da nicht einzumischen. Orko ist mein Freund. Ich werde bleiben. Oh, danke, Shira. Orko! Trieel! Hey, was hast du denn? Freust du dich denn nicht, mich wiederzusehen? Wer ist das? Das da ist Tyra. Mich hast du noch nie so umarmt. Ich muss los. Darüber müssen wir uns später unterhalten. Oh nein, hier geblieben, Mr. Orko der Große. Du gehst nirgendwohin ohne mich. Schon gar nicht mit ihr. Soll mir recht sein. Wohin geht's, Onkel? Zur Unfestung des großen Muckmuck. Araro, Akaro, Zipozeck. Nichts wie weg. Entschuldigung. Hey, was? Wer seid ihr? Montag, der Leiter der Trollanischen Akademie für Magie und Freunde. Und was wünscht ihr? Wir wollen zum großen Muckmuck. Es geht um das Verschwinden von Crimson Council. Einen Moment, bitte. Orko, was ist denn das Crimson Council? Das ist eine Gruppe der mächtigsten Zauberer von Troller. Sie sorgen dafür, dass das Zaubern reibungslos abläuft. Auf Troller funktioniert alles mit Zauberrei. Der große Muckmuck wird euch jetzt empfangen. Geht bitte diesen Weg hinauf. Eure Hoheit. Oh, ich bitte um Verzeihung, Montag Der große Muckmuck hat sich nicht geändert Eure Hoheit, ich muss euch sprechen Es gibt ein sehr großes Problem Ich weiß, nun kann ich das verrückte Ding nicht stoppen Danke, Montag Nicht, dass mir das keinen Spaß gemacht hätte Das glaube ich Aber wir müssen uns über das Crimson Council unterhalten Bläh Oh, Muckhes Bläh, bist du denn... Ah, Montag, Driel, wie schön, euch zu sehen Fossavela, erinnert ihr euch noch an meinen Neffen Orko? Er ist gekommen, um uns zu helfen Mokess, darf ich euch meine Freundin She-Ra vorstellen? Die wird euch auch helfen Eure Hoheit? Ihr seid ja mächtig groß Und wie ich sehe, schwebt ihr ja gar nicht seltsam Aber sie ist unheimlich hübsch, meine Liebe Danke Warum machst du nicht ein Gesetz oder zwei, mein Lieber? Ein Gesetz, ja Wir sehen uns später noch, schätze ich Also, was wurde gegen das Verschwinden des Councils unternommen? Meine Studenten sind dabei, alle auf dem Planeten noch lebenden Zauberer zusammenzutrommeln Hoffentlich können wir die Magie auf Troller unter Kontrolle halten, bis wir das Council gefunden haben Gut, aber wie wollt ihr denn? Oh, galoppierender Ginze ist der Alarm Aufgepasst, 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 es kommt, es kommt, alles aufstehen Wow Hilfe Au Oh, ein mächtiger Strohsack, was ist das? Das ist eine Maschine, glaube ich, und die gefällt mir nicht Ich glaube, sie mag uns nicht Schnappen wir sie uns, Onkel Jawohl In Deckung Das Ding schickt unsere Magie direkt zu uns zurück Wir können ihn nicht anhaben Ja, vielleicht nicht mit Magie Aber mal sehen, was es gegen Muskelkraft zu bieten hat Oh, ja, bravo Gut gemacht, Shira Danke Nicht dafür, Face Das Ding weiß nicht, wann Schluss ist Das Blechding hat ja mehr Arme als Multibot Jetzt reicht es mir aber wirklich Sie ist großartig Brillant Sie ist meine Freundin Die Spionkamera der Schildkröte funktioniert noch Wer ist diese Frau? Ich habe sie noch nie gesehen Aber sie hat meinen Plan, den großen Muckmuck und die Muckess gefangen zu nehmen vereitelt Und das soll sie mir büßen Oh, das sieht ganz nach so einer komischen Erfindung von Dr. Sook aus Wer ist dieser Dr. Sook? Er ist ein böser Erfinder Er hasst die Magie und meint, Troller sollte von Maschinen regiert werden Aber das kann nicht sein Werk sein Er ist schon seit über einem Jahr im Flotz im Gefängnis Ich war sicher, dass er dahinter steckt Aber wenn er im Gefängnis ist Weißt du, du solltest dich trotzdem mal zum Gefängnis begeben und mit Sook reden Er könnte eine Idee haben, wer dahinter steckt Wo ist dieses Flotz im Gefängnis? Draußen im Sing-Song-See Ist es das, Orko? Ja, das Flotz im Gefängnis Was ist das für ein Schein da vorne? Das ist ein Anti-Magie-Schild Deswegen konnten wir auch nicht unsere Magie benutzen, um reinzukommen Und wir mussten mit dem Boot hinrudern Ei, ei, ei Sind das nicht die Nervensägen, Orko und diese Muskelfrau? Das passt mir gut Ich muss sie gebührend empfangen Ich werd mal klingeln Das ist seltsam Nicht so hastig, Orko Vorsichtig zu sein wäre jetzt ratsam Oh, Orko, das gefällt mir nicht Oh! Ich wusste, das ist nicht mein Tag Willkommen im Flotz im Gefängnis Hüpfende Ludus Elektroiden Ei, ei, ei Was für eine hübsche Sammlung Doktor Sue, ich dachte, man hätte dich eingesperrt Wir müssen sofort den Gefängniswärtern Bescheid sagen Ich fürchte, die Wächter werden diejenigen sein, die eingesperrt sind Sehr richtig Ich leite jetzt dieses Gefängnis Und ihr gebt hervorragende Gefangene ab Elektroiden Den Doktor wären wir für eine Weile los Und nun zu diesen Robotern Warte, wenn du sie anfasst Werden sie dir deine Kraft entziehen Na, wenn's so ist Chira, meinst du, die vom Crimson Council sind hier? Schon möglich Wir müssen sie nur finden, bevor Sue und seine Roboter uns finden Hey, wer seid ihr dann? Ich bin Orko Und das sind Chira und Riel Und wer bist du? Ich bin Direktor Umti Ich habe das Gefängnis geleitet Bevor so schreckliche Elektroiden mich überwältigt haben Könnt ihr mich befreien? Klar doch Mackel die Mac, mackel die Du Türe öffne dich Direktor, wisst ihr wo der Crimson Council ist? Wir müssen sie finden Ja, in Sooks Schiff Es ist unter dem Dach des Gefängnisses Ich führe euch hin Ich sehe hier kein Schiff Da oben Sucht ihr was? Schnappt sie euch, ihr Galgenvögel Fiu-Fiu-Fiu Wie seid ihr? Flipp-Flipp Verflickst und zugenäht Ich muss schleunigst hier verschwinden Aber eine Geisel wäre nicht schlecht Wir werden sie befreien, Orko Hervorragend Die Batterie ist voll aufgeladen Durch die magische Energie des Councils Und bald kann ich ihn ersetzen Um der große Muckmuck von Troller zu werden Für immer Dafür wirst du büßen, du Schurke Orko wird das verhindern Dein geliebter Orko ist kein Gegner für mich Es ist soweit Und jetzt zur Unfestung und zur Eroberung von Troller Ja 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 Beruhige dich, Orko Es sind überall Patrouien unterwegs Eine davon wird Suchs Schiff schon entdecken Erhörer Zero Hier spricht Such Ich fordere, dass mir die Herrschaft Über Troller übergeben wird Wenn nicht, werde ich die Unfestung zu einem fernen, fernen Planeten beamen. Niemals, du Schurke. Nie und nimmer. Na schön, Mukes. Dann bereitet euch auf eure Reise vor. Zug wird gleich einen Strahl abfeuern. Dann haben wir nur eine Chance. Wir müssen das Ziel verschieben. Dann bleibt uns vielleicht genug Zeit und wir denken uns was aus. Oh, das ist eine gute Idee. Die Unfestung verschieben. Aber das schafft niemand. Das wollen wir erst mal sehen. Los dann. Auf geht's. Gleich ist es soweit. Ich schaffe es schon. Ich schaffe es. Und Feuer. Ja. Was für ein Knall. Du Schuftu. Was hast du gemacht? Na, ich habe. Was? Sie ist ja immer noch da. Aber, aber, aber wie? Schira, du hast es geschafft. Es hat mich all meine Kraft gekostet. Ich, ähm, bin, ähm, bin sehr erschöpft. Oh, oh. Ich glaube, Zug versucht es nochmal. Diesmal werde ich sie ganz bestimmt erwischen. Oh, guck. Ich habe eine Idee. Du und Triel, ihr liebt euch doch, oder? Klar doch. Sicher. Wenn ein trolanischer Zauberer verliebt ist, kann er manchmal seine Zauberkraft auf seine Geliebte übertragen. Sprich nicht weiter, Onkel. Was muss ich tun? Konzentriere dich auf Triel. 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 Och, guck. Triel. Wir müssen Dr. Zug das Handwerk legen. Hör gut zu. Er hat einen Kontakt hergestellt. Einen sehr starken. Meggel die zwei. Meggel die drei. Durch die Kraft der Magie. Lass mich fein frei. Diesmal wird es nicht schief gehen. Was du nicht sagst. Es hat funktioniert, Onkel. Triel ist frei. Wenn sie jetzt nur den Antizauberkraftschild ausschalten könnte. Sie hat es geschafft. Der Schutzschild ist ausgeschaltet. Begeben wir uns hinauf. Sie braucht unsere Hilfe. Akaro, Akaro, Wind. Hinauf geht's geschwind. Verflippst und zugenäht. Du hast alles vermasselt. Elektroiden, ergreift sie. Es wird nicht lang dauern, um den Strahler wieder in Schussposition zu bringen. Es wird länger dauern, als du denkst, Zug. Was? Mascara, Mascarerich. Dein Stuhl soll festhalten dich. Nein, nein, Elektroiden, befreit mich. Oh, Po, pass auf! Oh, oh, unsere Zauberkraft kann sie nicht aufhalten. Dann werde ich es mit meiner versuchen. Wenn ihr Blechdosen auf jemanden schießen müsst, dann schießt auf mich. Daneben. Aber ich gebe euch noch eine Chance. Hier bin ich. Nein, ihr Obertrottel! Wie es scheint, sind jetzt Dr. Zug und seine Robos etwas verstumm. Stumm sind sie auch viel besser als für Ertragung. Und für ihre außergewöhnliche Tapferkeit verleihen wir Orko, Driel, Montorg und She-Ra den großen O'Klamp-Orden. Lasam, übernehmt ihr die Verleihung? Wow, der O'Klamp-Orden. Nur große Helden bekommen den. Orko, eines verstehe ich nicht. Wie konntest du durch den Anti-Zauber-Schild mit mir Kontakt aufnehmen? Oh, weißt du, Driel, das war so. Also? Es war die Liebe, Driel. Orkos Liebe zu dir und deine zu ihm. She-Ra hat recht. Liebe war der Schlüssel. Und das ist die größte Zauberkraft, die es gibt. Niemand kann die Liebe aufhalten. Oh, hier ist Loki. Habt ihr gesehen, wo ich mich heute versteckt hatte? Wenn nicht, schaut noch mal genauer hin. Seht ihr mich jetzt? Hier bin ich. Heute möchte ich etwas über Hunde erzählen. Katzen und Vögel, unsere Lieblinge. Wenn ihr ein Tier habt oder euch eins anschaffen wollt, dann denkt dran, dass sie sehr viel Fürsorge brauchen. Wenn ihr noch Fragen zu Haustieren habt, dann lasst eure Eltern einen Tierschutzverein anrufen. Und denkt immer dran, seid gut zu eurem Liebling. Dann könnt ihr die Liebe dreifach zurückbetonen. Ich lege den Tierschutzverein.